Hallo und willkommen zur nächsten Folge mit fetziger Stimmung und jetzt suchen wir hier einen tollen Dschungel, wo wir unser Bauhaus hinbauen können. Wow! Diese Kopfwegen, wow! Kopf dreht sich im Kreis. So, ich gehe wieder los jetzt hier in die Richtung. Äh, ich habe nicht nur zu essen. Das ist eine gute Anmoderation, schreibst du in die Kommis und wenn nicht, dann schreibst du nicht in die Kommis. Und wenn das eine mega Anmoderation war, dann abonniere diesen Kanal, da, da. Instant Sellout. Und diesen Mega-Witz da, den musst du auch mal erklären, sonst versteht das nicht. Achso, achso, ja. Am besten machst du mal so einen Einschnitt mit deiner Mom, wie die, oh fuck. Mit deiner Mom, wie die, äh, das sagt. Das ist, das ist, der Insider ist, ähm, meine Mutter musste für so ein, für so ein, so ein Event, sag ich mal. Musste die halt, äh, so ein Video aufnehmen von sich, wie sie so, halt, halt so was, 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 was sagt, sag ich mal. Und, ähm, die wollte halt so unbedingt sagen, dass sie das mega findet. Und das hab dann halt, ich, ich und mein Vater haben, haben sie dann aufgenommen, sie hat das halt gesagt. Und wir haben davon irgendwie 30 verschiedene Takes, weil sie es nie hingekriegt hat, so, dass sie dann damit am Ende auch zufrieden war. Und in jedem einzelnen Take, äh, ich geh gerade in Richtung, ähm, warte, in Richtung Norden, geh ich gerade. Facing North. In, in, in je... Ja, ich auch, aber ich seh dich nicht mehr. Achso, ich bin... Where are you? Ist du das nicht? Ist du das nicht da, oder ist das Tier? Ja, das ist ein Tier, okay, das ist eine Kuh. Auf jeden Fall in, in jedem einzelnen Take. Bist du, dass ich da, oder ist deine Kuh? Okay, das ist, das kann man jetzt auch weiter stehen. Ja, ich dachte, das... Da bist du, du bist, äh, ich bin neben dir. Hinter dem Baum. Hä? Da, hier. Äh, warte, ich komm zu dir rüber. Links, rechts. Rechts, von dir aus, glaube ich. Die Ballbäume, rechts. Ja, du hast doch eh nur links, rechts. Ja, aber wenn ich ein bisschen nachdenke, dann weiß ich, wo rechts ist. Achso, ja gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, meine Mutter hat in der Twitch jedem von diesen 34 so Takes exakt monotonen gleich immer so mega gesagt. So mega, jedes Mal wieder. So zu so einem richtigen Insider-Meme. Ah, okay, ja, ich hab's geschafft. So. Und ich hab's geschafft, diese, diese Story zu Ende zu erzählen. Oh, da ist Lava. Hier vor uns wird's ein bisschen waldiger. Eventuell, übrigens. Ja, die Lava hab ich gerade auch schon gesehen. Ach, Sunbloom. Da, da, hier, hier. Jackpot, Jackpot, Dark Oak Forest, links von uns. Geht der Lava gar nicht. Ja, der ist relativ weit weg noch. Ich geh schon mal hin. Ich kann dir gleich die Koordinaten sagen. Gehen wir schon mal hin. Lava. Lava doch nicht. Oh, der war schlecht. Fand ich das trotzdem bekannt. Yes, I know. Man hält mich auch schlechteren und Flachwitz-Queen. Yes, und für die ganz schlechten, also noch schlechteren Flachwitze bin ich bekannt. Ja, stimmt. Du bist wirklich God of the bad jokes. Yes. Ist das ein Hügel? Oder ist das ein Baum? Da, so richtig excited. Da ist ein Hügel. Und vor allem dann aber auch direkt so, oder ist das ein Baum? Einfach so, what? Ja, ich hab's nicht erkannt. As you know, meine Ränderreichweite ist 5.5. Achso, ja. Oh nein, mein Hügel. Oh, das ist fett. Das ist richtig fett. Okay, ich bin bei... Ich schreib's einfach in den Chat. 152 110 minus 2364. So, da bin ich. Da geht der Wald los. Holy crap, ist das riesig. Mega. Oh no, ich hör meinen Feind. Hä? So. Boah, der Wald ist riesengroß. Nice, okay. Jetzt müssten wir nur noch gucken, wo wir hier bauen wollen. Ich schreib mir das mal kurz auf. Yes, tu das. Kann mir das nicht merken. Ich bin doof. Du kannst einfach den Chat wieder aufmachen. Ja, aber ich kann ja nicht laufen, wenn der Chat offen ist. Das ist korrekt. Das ist eine wahre Aussage. Du musst mir dann vielleicht sagen, wo wir hier bauen. Oh, da fährt ich nicht. Okay. Oh, ich bin trapped. Musst mir nur sagen, wo wir hier bauen wollen, dann. Was wirst du denn gleich sehen? I guess. I guess. Achso. In diesen Dark Oakwood. Ich kann gucken, in welche Richtung ich muss. In diesen Dark Oakwood. In diesen Dark Oakwood Forests spawnen übrigens auch diese Woodland Mansions. Von denen ich dir erzählt hatte, wo man Totems von da hinkriegen kann. Also es kann sein, dass wir so eine fette Mansion hier haben, wo wir nicht reingehen sollten, weil die komplett strong sind, die Kinder da. Weil man es schwer halt. Also später halt, aber noch nicht jetzt. Das ist ein bisschen early. Gehen wir mal weiter in den Wald noch ein bisschen. Hier wäre ein kleiner, hier wäre eventuell sogar echt gut zum Bauen, weil hier ist ein Fluss und hier sind ein paar Bäume so ein bisschen vereinzelter. Weil hier, ansonsten sind die Bäume wirklich Baum an Baum. Das ist eine, von den Blättern her ist das wie ein riesiger Baum. Oh, da ist eine Höhle. Ich glaube, Viecher. Weiter gobst, der ist hier. Wobei wir können... Warum musst du eigentlich mal vorrennen? Ich hasse es mit diesen blöden Koordinaten, die musst du suchen. Ja, weil ich schon weiter sehe. Ich bin schon weiter weg. Ich bin schon weiter weg. Dann könnte ich schon mal gucken, wo wir in welche Richtung wir besser gehen können. Oder nicht. Ist das doch eh, wo wir spawnen wollten, oder nicht? Ja, trotzdem. Gott, geh, hör auf. Wollen wir wegzurennen. Ah, leck. Ja, zurückgebockt. Mega. Mega. Wenn ich das dann kürzlich besser an. Maybe. Ah. I hate my computer. Yes. I can understand that. Ich wollte gerade sagen... Ja, ich bin schon zu weit. Ich wollte gerade sagen, I can relate to that, aber das würde ja bedeuten, dass mein PC auch schlecht wäre. Also nein, I can understand. Jetzt brauche ich ein negativ Z da in die Richtung. Glauben, ob ich hier schon sehen kann. Sehen, aber ich sehe dich noch nicht. Warte, Z. Z müsste hier sein. Müsste von da kommen. Oder? Not sure. Ich sehe diese Freifläche hier und den Fluss. Bist du schon im Wald, oder was? Bist du schon im Wald? Ja, natürlich bin ich schon im Wald. Ach, du bist schon da. Ich glaube, ich bin jetzt nicht im Wald. Du bist schon da, in dem Dark Oak Ding, oder was? Ja. Ach so, ich dachte, du wärst noch gar nicht hier. Ich bin am Anfang des Waldes noch. Ich komme mal zu einem Fluss. Aber da sind Pilze. Hier sind überall Pilze. Hier wachsen so riesige Pilze auch in dem Wald. Oh, ich bin gerade voll in die falsche Richtung gelaufen. Ich laufe mal zu dem Fluss rüber. Vielleicht ist es derselbe Fluss. Den wir da sehen. I hope so. Ich bin auf den Bäumen übrigens. Da bist du, du bist direkt unter mir. Ich versuche mal runterzukommen zu dir. Warte. Wie komme ich denn hier runter, ohne mich komplett selbst umzubringen? Da. On my way. To victory. So. Ich bin aber gleich da. Bleib mal da, wo du bist. Da bist du, direkt vor mir. Hier rein. Miss Panda. Schmarrie X. Ja. In der Tat. In der Tat. So. In der Tat. Sollen wir dann hier einfach am Fluss bauen? Ich liebe mein Skin. Ja, Baumhaus, ne? Da irgendwie da oben rein oder so. Ja, dann würde ich empfehlen, dass wir dann die Bäume um das Baumhaus, also um den Baum, wo wir das Baumhaus haben, vielleicht wegmachen. Genau. Weil... Ja, wieso? Ja, wenn du mal guckst, die Bäume sind so dicht aneinander, dass halt, äh, Blatt an Blatt quasi, da ist nicht mal Luft dazwischen. Ja, warum ist dann schlimm? Achso, ja gut, wenn ich es nicht stört. Warte noch. Doch, sogar positiv. Gestern haben wir mehr Bauplätze. Ah, es backt. Dann fahren wir, äh, sollen wir den aus Dark Oak oder aus Oakwood bauen? Ja, Darkwood. Ja, dann mach ich mir mal ne Axt und dann... Soll ich mir direkt ne A... ne, ne Eisen nicht. Wir haben noch zu wenig Eisen. Mach mir noch ein Stein-Axt. So. glaube ich auch mal ein paar bäume direkt weg hier ich glaube um uns das sind aber das sind bäume bei dem man vier setzlinge braucht also du musst vier setzlinge so nebeneinander platzieren in so einem viereck halt einfach damit überhaupt ein baum wächst was im einzelnen kann sein dass niemals ein baum wachsen wird potenziell ich muss sagen dark output sieht auch echt schlecht aus wenn wir wenn wir schon also wir das erste bisschen holz haben können wir gleich anfangen damit das fundament zu bauen und darauf erst mal in zentrum ja wahrscheinlich smart oh mein gott ja diese bäume bei killing me killing me inside jetzt jetzt mich stört dass das man nicht komplett abbauen kann auch dort ist weg mit der stone pressure blade und zwar ist dem doofen tempel ich finde mir irgendwann vielleicht finden wir auch so eine fette bootland menschen wie gesagt was war absicht bei dem tier ich weiß nicht ob man es gehört hat das sogar gerülpst oder so das habe ich eventuell gehört ich bin deutscher und in deutschland spricht man so ja jeder amerikaner jemals wenn er wenn er wenn er sich vorstellt wie deutsche menschen sprechen ja deutsch steuer erklärung sauerkraut ja 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 euer eichhörnchen ist auch so ein offender einfach so ein schlimmes deutsches wort irgendwie so eichhörnchen ja es klingt so aggressiv es klingt so aggressiv wie so ein kleines cutes flauschding einfach so eichhörnchen ich kann das da oben weg machen danke ich hab keinen bock für such zu bauen ja kann ich machen ich hab kein dirt ich hatte bis gerade auch kein dirt nein ich bin clean oh du bist ein cleanes girl hm du hast dich nicht dreckig gemacht Essie mit dirt beschmutzt ja so kann man das auch sehen mal beschmutzt ja leute ich war mal alkoholiker und jetzt bin ich es nicht mehr i don't think so i don't believe you i don't believe your lies das ist ein joke das ist ein joke chill people ich hatte actually beim wort beschmutzt diese komische wieso ich hab's gerade richtig mit Spongebob-Reference ich hatte gerade so Spongebob-Reference im Kopf und so eine Folge ich weiß gar nicht was das für eine Folge ist ich weiß nur dass irgendwie ich glaub Tadeus ist gemein zu Spongebob und Spongebob die ganze Zeit immer so das hat meine Ehre beschmutzt und dann irgendwie so eine Minute lang die ganze Zeit nur so beschmutzt 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 i don't know weiß echt schon nicht mehr welche Folge das war mit Keks yes ich hab grad geguckt seit wenn Keggy keine Videos mehr hochgeladen hat und 5 months ago so das ist das das hab ich immer bei Alte 4 Games immer so weil Tim lädt so selten hoch aber mein mein wieso weißt du eigentlich wie der mit Vornamen heißt weil er das schon richtig oft in seinen Videos gesagt hat also ich bin Tim und ich follow ihm halt auch auf seinem Tim oh what the fuck Tim mit 2m so jens jetzt viele Leute wissen das nicht wir hatten auch einen Tim mit 2m bei uns in der Schule du sagst wir jetzt keine Ahnung oh fuck ich glaub keinen Ahnung mehr gemacht im Endeffekt sagst du mir raus peepen i guess dann muss ich mir aufschreiben aber du darfst keinen peep sound benutzen ne weil das wird auch von YouTube als scheiße empfunden das kann sein das wär mir in dem Fall aber auch egal ich guck mal wo bist du? wir müssen unsere Nachtbase bauen achso ja dann lass ich den Baum einfach halb abgebaut das war nicht so schlimm das sieht trotzdem natürlich aus äh ja wo bin ich das ist ne gute Frage ich bin am Fluss wieder wo ist ein Apfel ich bin am Fluss einen Apfel nicht aufsammeln ich glaub ich glaub ich weiß actually seinen echten Nachnamen übrigens ich mein ich hab den irgendwo tatsächlich mal gelesen aber ich werd's jetzt nicht sagen weil das wär irgendwie doof aber äh was ja die meisten YouTuber haben ihre echten Namen irgendwo ja ich glaub ich glaub das stand irgendwann mal auf seiner Homepage oder so deswegen weiß ich das so out of nowhere hab ich das immer so oh wird's gut to know I guess ne aber ich hab meinen täglichen Tim Supply I guess darin ich bin um uns neben dir direkt also wir können unseren Ding hier bauen unser Ding meinen täglichen Tim Fix I guess hab ich weil ich sag im in Anführungszeichen privaten Twitter Account Follower der ist auch nicht wirklich privat der hat mehrere tausend Follower auf dem mittlerweile auch schon aber ja und nein ich werd jetzt nicht sagen wie er wie er heißt einfach nur weil ich glaub er hat einfach keinen Bock darauf so irgendwelche random Leute ihr Aiden wenn ihr ihm folgen wollt das ist echt nicht schwer den zu finden eigentlich so das 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 look for it and you will find it hmhmhm wieso hast du da hingestellt oh achso ok sorry ich stell jetzt halt hier hin so ich glaub actually du musst nicht mal eine Wand drumrum bauen wir müssen nur die Betten aufstellen hast du das andere Bett auch? ach ja ok sollte so reichen so und das praktische ist irgendwie Minecraft Tage sind glaub ich eigentlich ungefähr 15 Minuten lang zumindest scheint es aktuell so zu sein deswegen 6 Minuten sind die doch eigentlich oder nicht? ja ich weiß es nicht aber das sind irgendwie 6 Minuten aber nach einem Tag ist immer die Aufnahmezeit voll wie jetzt zum Beispiel haha ja deswegen äh ja bis bis zum nächsten mal ich hoffe euch hat die Folge gefallen ich hoffe euch gefallen die die zukünftigen Folgen und äh ja so alrighty bis zum nächsten mal ja hoffentlich quitt euch bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.